. Hochzeit mit Clemens – Barbara Meyer verrät Details zur Feier. Bald kreisen ihre Gedanken nicht mehr nur um Choreografien. Barbara Meyer, 31, ist eine der letzten vier Leads-Tanzekandidatinnen und ihre Chancen auf den Sieg sind inzwischen ziemlich hoch. Nicht nur das erfolgreiche Hummelback bringt das Model zum Strahlen, sondern auch das bevorstehende Eheglück mit Clemens Hallmann. Wann die Hochzeit stattfinden soll, haben die Schauspielerin und der österreichische Unternehmer bisher noch nicht verraten. . Dafür plauderte andere Infos über die Zeremonie aus. Noch liege die Planung auf Eis, aber spätestens nach dem Finale der Tanzshow am 8. . Juni wolle sich die 31-Jährige um alles kümmern. Immerhin besteht die Möglichkeit, dass sie am kommenden Freitag ausscheidet. . Jetzt gerade denke ich, nein, ich mache das alles selbst. Aber wahrscheinlich stelle ich irgendwann fest, ein bisschen Hilfe ist vielleicht doch nicht schlecht, gestand sich im Interview mit Gala ein. . Dafür habe sie zumindest schon eine grobe Gäste-Liste gemacht. . . Neben engen Freunden soll vor allem die große Verwandtschaft der Germanys Next Topmodel-Siegerin von 2007 dabei sein. . Ein wichtiger Punkt befindet sich ebenfalls noch auf Barbaras Todo-Liste, das Brautkleid. . Konkrete Vorstellungen habe die Bayerin allerdings bisher nicht, gerade denke ich nur ein Tanzkleider. .